schon guten tag zusammen ich freue mich sie begrüßen zu dürfen ich bin mascha und heute präsentiere ich euch meine socken so die sind von sechs fertigen sockenbohle gehäkelt so die so ungefähr großen die habe ich für schuhgroße 44 gehäkelt aber es ist echt elastisch und bis zu 46 kann man ruhig tragen so und das wiegt eine socke 63 gramm im vergleich mit normaler so gestrickte socke ist 35 gramm die das hälfte aber die ist vielfältige und die sechs fertige faden sockenbohle die auch die große ist gleich und so sieht aus dass gleiche socke so ich meine genau gleiche maschenanzahl aber im vierfältige faden sockenbohle auch von opal ist das denke ich und so ich kann sagen 39 so 40 schuhgross und zwar geht los wie gesagt 150 gramm 420 meter sechs fertige sockenbohle mache eine schlaufe zwei luftmaschen und beginne diese so genannten fußlingen anschlag anschlag so mache eine luftmasche und parallel eine feste masch eine luftmasche und eine feste masch in den fußchen eine luftmasche und eine feste masch kann man das auch mit stäbchen machen dieses mal mache ich das mit feste maschen so mache den anschlag und gleichzeitig die erste reihe mit feste maschen habe ich schon gezeigt wie mache ich das und so bei mir wird es 80 maschen so es ist ganz lange so kette aber die sammelt sich danach ein bisschen eine luftmasche wende masche und dann geht in bündchen eine feste masche eine feste masche kette masche feste masche und anzahl den maschen für den bündchen soll ungerade sein so ich beginne mit kettmasche und die letzte soll auch kettmasche sein bei mir wird das 15 maschen so soll ich zählen so zwei übrig das ist aus und in die letzte 15 kettmasche mache den markierer rein so wenn ich zurückkomme dann weiß ich welche masche soll kettmasche sein und jetzt geht weiter die ganze reihe und eigentlich die ganze socke mit feste maschen in den in das hintere maschen glied eingestochen ganz normal jede masche bekommt eine feste masche und mache bis zum ende komme wieder gleich also am ende eine luftmasche drehe rum und mache genau das gleiche nach oben wieder feste maschen jede feste masche bekommt eine feste masche in das hintere maschen glied so nehmen nur 1 hintere faden und mache das gleiche bis zum markierer so jetzt in die masche mit markierer wird das erste kettmasche setzte gleich den markierer wieder und dann feste masche feste masche kettmasche also die mit markierer ist kettmasche was habe ich gesagt und dann abwechseln einmal die feste masche einmal die kettmasche und die sind 15 stück bis zum ende des reis mache ich diese muster die letzte masche soll kettmasche sein wieder wende masche eine luftmasche drehe rum und geht wieder das gleiche fange ich an immer mit kettmasche und die letzte masche in den bundchen wird wieder die mit markierer die wird feste masche setzte wieder den markierer an und mache weiter mit feste masche bis zum ende hier wieder das gleiche luftmasche drehe rum und mache nach oben denke ich das ist schon einfach so bis markierer dann zeige nochmal den bundchen so die masche mit markierer kettmasche wieder markierer rein und dann abwechseln kettmasche feste masche kettmasche feste masche in feste masche kommt feste masche in kettmasche kommt kettmasche und so bekomme ich eine festere bündchen weil die ganze socke ist auch mit bündchen gehäkelt aber es ist so eine lockere bündchen kann ich sagen also luftmasche drehe rum und wieder das gleiche beginne wie gesagt immer mit kettmasche und dann feste masche kettmasche feste masche kettmasche feste masche und so wird das in die ganze so gemacht so werde ich weiter nicht zeigen aber denke ich schon klar so häkle ich den bündchen so mache mit markierer und jetzt soll ich wissen wie viel zentimeter soll meine so unteren teil von der socke sein bei mir ist ungefähr 28 cm so 27 28 ungefähr aber ich weiß schon weil ich habe schon ein paar mal das gemacht ich weiß das ist insgesamt 14 40 masche bei mir das bedeutet 15 15 maschen es ist bündchen plus 25 maschen mache ich nach unten und dann mache drei maschen zusammen so kann ich das leider nicht erklären sehen sie das video wieder wenn sie nicht verstanden haben und gucken besser besser so und dann noch eine masche nehme ich die ist die wende masche und drehe rum und mache 15 feste maschen das wird meine ferse so eine luftmasche drehe rum und mache wieder nach unten 14 maschen und die 15 werde ich schon verbinden zeige gleich also vierzehnte ist da fünfzehnte ist da unten nehme ich ein faden von denen ein faden von die wende maschen so 10 nach oben und komme in die nächste feste masche und mache so zu sagen eine kette masche und noch eine kette masche das ist wende masche drehe rum und dieses mal zwölf feste maschen so bei die blau socke so bei die blau socke es ist mehr maschen die ich mache für die ferse das sind 18 maschen erst mal dann 15 dann jedes mal drei maschen lasse ich aus wie gesagt mir ist nicht so einfach es zu erklären deswegen gucken sie besser genau das video also die letzte masche zwölfte zehnten faden ein faden das ist so von die wende masche und in die nächste feste masche und mache eine kette masche eine kette masche nach oben die verbinde ich auch mit so dem boden zu sagen und dieses mal minus drei wird wieder neun jetzt feste maschen also die drei letzte lasse ich aus drehe rum und mache wieder die acht und die neunte werde mit boden boden oder wie heißt das verbinden so die letzte masche ein faden von da hin und die nächste feste masche noch eine luftmasche luftmasche kettmasche die verbinde ich da unten drehe rum und jetzt sechs maschen und so fünf mal gehe ich hin und hin und zurück im blauen socken habe ich das sechs mal gemacht so 18 maschen jedes mal drei maschen habe ich ausgelassen so wieder das gleiche mit kettmasche wird es fester noch eine kettmasche die wende maschen und jetzt sind ach habe ich habe eine vergessen da 1 2 3 3 bleiben mache luftmasche und mache die letzte drei maschen mache erst mal die zwei mache wieder diese komische verbindung so und in die nächste maschen mit kettmasche komme wieder auf dem boden von besuch und mache dann die drei fertig bis da unten so wo hängen die kurzen faden und da lasse ich auch drei maschen aus so mache ich jetzt die die untere teil wie heißt es die vor vorne teil von die socke und jetzt gehe zurück bin jetzt auf die stelle bei die ferse und was mache ich hier zeige gleich so bis die erste stufe mache ganz einfach so diese feste maschen dann nehme ich wieder die wende maschen dann nehme ich wieder die wende masche ein faden so hängt das da oben komme in die nächste masche nach der stufe und mache kettmasche die nächste zwei maschen mache ganz normal feste maschen wieder diese schlaufe und kettmasche wieder zwei feste maschen ganz normal und die bei die stufe mache erstmal die wende masche so wende masche oder wie heißt die luft masche nach oben die mache ich mit kettmasche und die nächste zwei so drei habe ich ausgelassen mache die normale feste maschen so die letzte stufe und so sieht das aus und jetzt mache ich die ganze stück nach oben so wie wie immer da ändert sich nichts so komme bis zum markieren die masche mit markieren kettmaschen mache das wieder und ganz normal mit kettmaschen dann bis dahin also bin ich schon da unten mache die letzte maschen so die drei letzte werde ich auch ausgelassen Luftmasche nach oben die luftmasche die meine ich wende masche und wieder das gleich so ganz einfach bis dem markieren dann bündchen dann gehe zurück und komme wieder da unten und lasse wieder drei maschen aus und solche stufen werden vier stück so drei luftmasche und mache noch eine stufe hin und zurück so da oben hinten und zeige wie verbinde ich diese stufen so da oben hinten und zeige wie verbinde ich diese stufen so sieht das aus das wird das fast gleiche wie bei die fernse so die letzte masche dann nehme ich diese ein faden von wende maschen wende maschen oder die luftmasche nach oben und mache drei zwei maschen noch so die ist die erste dann noch eine und die dritte wieder die stufe nehme ich diese faden und komme in die erste feste maschen nach die stufe mache kettmasch und die letzte zwei maschen ganz normal feste masch so sieht das aus luftmasche drehe rum und mache genau das gleiche hier die maschen so die kettmaschen besonders können kleiner aussehen deswegen pass ich auf so jede masche kommt eine kettmasche und wieder das gleiche kommen nach unten und zeige wie geht es das wieder so ich bin wieder unten angekommen so und jetzt mache spiegelbild so soll zwölf maschen und ne neun maschen auslassen so einmal 3 zweite mal 3 dritte mal 3 dritte mal 3 9 so luftmasche drehe rum und mache die reihe bis den bundchen dann mache den bundchen dann wieder Luftmasche drehe rum, mache wieder den Bundchen und komme dann wieder so bis nächste Stufe dann wieder nach oben nächste Stufe und noch einmal das letzte so ich bin schon bei die zweite Stufe so mache den Verbindung Verbindung wieder wie immer mit Kettmasche das ist erste zweite und dritte so symmetrisch Luftmasche drehe rum und nach unten ne nach oben geht's zum zum Bundchen also bis dahin dann zurück und bis zum Ende so bin ich jetzt bei die letzte Stufe die verbinde ich mit Kettmaschen so und dann noch zwei feste Maschen und so habe ich eine symmetrische Ding bekommen und jetzt wird von dieser Stelle werde ich so die ganze Reihe machen hin und zurück fünf Mal drei Maschen aus ich habe ich genau das gleiche wie ich habe ich hier gemacht so und das andere auch so habe ich schon fünf Stufen gemacht zeige nochmal wie verbinde ich diese Stufen so die sind vier Stufen jetzt kommt die erste die mache ich mit Kettmasche dann feste Masche noch eine wieder diese Faden von Kettmasche mache Kettmasche feste Masche noch eine feste Masche Lüftmasche drehe rum und die Reihe mache die ganze Reihe bis nach oben bis zum Ende klang also bis zum Ende bis zum Ende bis zum Ende so hin zurück und werde diese symmetrische kurze reihe machen so einmal 23 und die letzte so las 9 машин aus reihe rum und geht wieder auf die andere zeit so jetzt habe ich schon wieder gezählt 40 marschen mache den markierer rein 40 bei mir von anfang den von die von bündchen und jetzt die letzte reihe da habe ich schon alles gemacht mache die andere seite von diverse so beiden markieren das ist erste marsche zweite dritte mache die luftmarsche drehe rum und bis zum markieren machen wieder die drei feste marschen so wieder das ist so spiegelbild von den von die andere seite die drei feste marschen verbinde wieder wie immer mit eine faden von kett marsche und kommen gleich in die erste feste marsche nach die stufe und machen noch zwei so insgesamt sollen sie bei zurückgehen sechs marschen sein in dieser reihe so drei erste und noch drei habe ich jetzt gemacht so letzte marsche sechs stück luftmarsche drehe rum mache wieder diese sechs maschen und machen noch drei maschen plus eine zweite dritte eine luftmarsche drehe rum und jetzt sind die neun stück schon machen die neun stück schon mache die neun mache die neun mache die neun die stufen jedes mal wie immer eine faden von kett marsche nicht geht marsche die luftmarsche und noch zwei maschen noch eine reihe diese wird schon 15 maschen diese reihe gehe ich von unten nach oben deswegen mache ich nochmal die 15 maschen fertig fertig so so und mache die ganze reihe jetzt fertig mit 15 maschen von die fersche die letzte stufe soll ich noch verbinden hier so und gehe dann nach oben habe den markierer verloren es ist nicht schlimm so sieht das aus bis jetzt so und ja soll ich jetzt die ganze reihe machen ich komme so bei die fersche zum zeigen so mache eine luftmarsche eine feste masche zwischen den reihen eine in den zopf sozusagen und die letzte in der zwischen den reihen und komme gleich in die masche nach die fersche und mache die ganze reihe fertig mit feste masche nach unten so soll ich noch zwei rein machen so zwei diese riebchen habe zwei riebchen gemacht so klappe ich das und ja kann man schon verstehen und das ist gut symmetrisch und passt und jetzt von oben nach unten werde ich die also verhecken 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 ich mache das einfach mit kettmaschen das so was kann man doch merken aber es ist hinten und unten so kann man auch vernähen oder irgendwie anders verhekeln oder vernähen also ich soll das verbinden ich mache es so mit Kettmaschen jeder entscheidet selbst wie kann man das machen ganz einfach Maschen Maschen bis zum Ende da bin ich schon fertig schneiden ein bisschen längliche Faden schließe die letzte Masche nehmen den Nadel und werde die so vorne Seite wie heißt das die Nase von Socke kann man das so sagen einfach vernähe ich so einmal auf eine Seite ziehe ein bisschen so sammle sozusagen und mache noch einmal nach die andere Seite auch auch ein bisschen ziehen und mache es fester geht das besser verstecke die Paden so mache ich mit kleinen Faden und so bin ich fertig hoffentlich haben sie was verstanden wenn nicht gerne fragen was ich kann werde ich doch machen so die Ferse so sieht das aus so auf die andere Seite kann man schon beiseitig sagen so sieht das Bündchen aus fertig vielen dank für ihre Zeit und bis nächstes mal